Konnichiwa! So, ähm... Genau. Ja, ich benutze den Brunstein. Problem damit? Wobei, ne, wissen wir grad nicht, der ist auf dem Computer. Wir haben den ja abgelegt. Und du kommst mal weg. Äh. Äh. Ja. Kommst du auch weg hier? Alles Scheiße hier, alles. Oh, das ist ein Penuso. Perkomme hier. Oopseli! Erer, 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 erer. Oh, das ist nicht so, wie es das hier ist. ich habe auf jeden fall zurück müssen weil wir sagen unsere pt genutzt dann aus der will 29 dann nehme ich mir lieber doch sie strahlt das hat gereicht wird so hält drinnen welcher sehr viel noch nie war die dorino aber gleiche level egal ist aber trotzdem mehr kapi haben wir mittlerweile festgestellt dass das level nicht nur ausschlaggebend ist sondern auch die stufe aber das ist das einzig richtige aber recht gewinnt 580 das ist jetzt nicht so viel wie der knopf verschneider man war es nie war der nächste fang sein wird ja vor allen dingen verbunden bringt den steg da kannst du besser fangen dieser idiot anja möchte kämpfen anja setzt kapot ein also da recht kommt auf jeden fall aus bei level 24 auf jeden fall sowieso überhaupt und alles zu 100 ep grad mal was soll hölle das ist mit dem los also das wäre nicht gerade der stärkste gegner also hat sich ja gar nicht gelohnt ich habe was ich habe in einer höhle karbon gefunden ja in höhlen gibt es und schätze macht sinn deswegen heißen wir auch bodenschätze und bodenschätze weil sie in böden vorkommen und eine höhle besteht zu 99,9 prozent aus böden du hurensohn du hurensohne 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 auch hier auf rein schatz denn chuk ist okay erkennen und ein bisschen mehr Verteidigung? Oh, 500 EP. Hm. Finde ich geil. Ich hab's vermasselt. Nein, ich möchte sterben. Ja! Apropos sterben. Konnichiwa! Ich dich töten. Ach, Taubzie. Na, da reicht Konfusion auf jeden Fall aus. Gegen Vogeln ist es, glaube ich, sehr effektiv. Oh, Taubburger? Ach, scheiße, ich wollte Konfusionstrafe nutzen. Bitte funktionieren, bitte, war klar. Nein. Oh, wir haben nur noch 4 AP. Hm. Das heißt, nach dem Trainer, oder nach den Beintrainern da unten müssen wir auf jeden Fall mal zu Poco Center gehen nochmal. Das, äh, ja. Mein Vogel ist hier was verloren. Ja, stell dir mal vor. Boah, du bist scheiße. Du bist schlecht. Bitte gehen sie sterben. Aua. Pfadfinderin müsste kämpfen. Pfadfinderin setzt Taubzie ein. So, wieder? Aber nur Level 24. Hm, okay. 3 AP haben wir nochmal. Guck mal, es reicht. 4. Für alle ihre Pokémon. Wie viele hat sie noch? Äh, oh, 5 Stück hat sie. Mauli, Mauli. Konfusion. Ja. Ratz, Ratz. So, und jetzt machen wir die restlichen Beine mit Psystrahl und dann, äh, boah. Okay, Psystrahl scheint einen sehr geringen Initiativwert zu haben, kann das sein? Ist auch egal. Ohhhh, Level 51. Das ist aber heftig. Geil. Oberaffen-Tippen, krass, super kometenhaft. Vollpfeffer. So, ein Maul-Team wurde besiegt. Wieso? Hallo? Und dann gehen wir mal zurück zum Pokémon Center. Lass mich durch den Arzt. Jaaaay. Uh, Hardcourt. Speed, Speed. Ronny hat es laufen verloren. Jaaaay. Uh, Hardcourt. Hey, lass mich durch. Ich bin Arzt. Yeah. Ich bin Arzt für Zuckungen. So, wir kommen hoch weiter. Jaaaah. Okay. So. Dann direkt mal speichern. Perfekt. So. Dann kommen wir mal weiter, wo es jetzt lang geht. Da unten. Die Brücke scheint da schon fast nach links rum zu gehen. Also, Seamus wills jetzt unten angekommen zu sein. Ganz unten angekommen. Wir sind ganz ganz unten angekommen. Das wird ein entspannter Weg. Digger, wie lang ist denn der Weg bitte? Ist ja deprimierend hier. Oh. Okay. Fest lang. Äh. Guck mal. Da ist direkt eine. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Digger, ich trete dich gleich. Schönheit, Alter. Oh nein. Ein Pipi. Äh. Den will ich schlafen. Direkt schlafen legen. Weil, ähm. Ja. Ich glaube, es ist ein relativ mächtiges Pokémon. Nein. Ich hab doch schon. Ach, ich wollte. Ah, gut. Machen wir es nochmal in Konfusion. Ich wollte es eigentlich Zylstrahl benutzen, aber. Was für etwas. Pippi wurde ausgepiept. Pippi wurde ausgepiept. Bye bye. Das war es schon. Oh, 2000 Gen. Hm. Eine reiche Schönheit. Die würde ich direkt mal nageln. Was? Natürlich werde ich hier spielen. Was? Ist auch so eine Schönheit. Ja, diese Sprüche, ey. Ist ja. Ja. Ist auch so eine Hässlichkeit. Rattfratz. Oh ja. Und. Wulpix ist ein. Oh. Oh ja. Vor allem. Wie uns Gloot einfach mal drei Punkte abzieht, ey. Nachdem wir durch die Verbrennung mehr Schaden als durch eigentliche Attacke. Oh, ich bin ein Wüstling Das hat ein sexueller Begriff Deine Orden sind Orden Deine Orden sind ordentlich Oh, er siehst, ich sag's ja Der Effekt der Verbrennung schadet Smedbo mehr als die eigentliche Attacke Also hier Die Verbrennung schadet Smedbo mehr als die eigentliche Attacke Glut So Da sollten wir noch mal zum Pokémon Center gehen Alter Immer diese Statusdinge Alter, das ist so behindert Das hat sich ganz gereicht Oh, 10 Euro Das ist eine reiche Pfadfinderin Meine Vögel-Pokémon begleiten Ja, irgendwas Oh, vier Attacken Äh, vier Brücken brauche ich doch Äh, vier Brücken brauche ich doch Was heißt Wenn der Gegner gar nicht zum Zug kommt Dann kriegen wir durch Verbrennung auch überhaupt keinen Schaden Es ist eigentlich so Ja Schön Noch ein Ibi-Tag Oh, achso, die Ibi-Tag Äh, mal gucken Okay Okay Ja Und hier willkommen Die Luft ist rau Was? Dann auch weniger Oh, hier geht es nicht weiter Ja Let's push it Dann einmal hoch gehen Und den nächsten Gang runter gehen Ich, äh, bin unterwegs und habe Rückenwind Was für ein Egal Hab ich zack Wir probieren uns mal mit Konfusion Sollte eigentlich reichen Sehr schön Taubsi Taubsi Okay, Taubsi reicht alle mal Also da ist nun wirklich, äh, ne Warum Taubsi? Okay Wenn du das sagst, dann, äh Habi-Tag Habi-Tag Mal gucken Alter Wir haben schon wieder nur noch 10 AP Was ist denn da los? Habi-Tag Mal gucken Mal gucken Mal gucken Mal gucken Ich freu mit so einer riesen Schüssel Ich freu mit so einer riesen Schüssel die er da unterm Arsch hat Die Attacke ist sehr effektiv Das befürchte ich auch. Ja, ich weiß, normalerweise könnte ich noch manche mit Konfusionen erledigen, aber wie sagt, die AP sind fast leer, von daher ist es egal, welche Attacke wir benutzen. Ooooooh, Level 52! Und das Mogomon von Typ Gift ist, geh ich einfach mal aufs Nummer sicher. Getriebescheiben, du hast so einen Schaden. Ach ne, ich pass' unten raus, kann das sein? Das sieht mir fast so aus. In Prismania City kann man die Ems kaufen. Vor Ems besitzen allerdings nur wenige Pokémon. Ach so, Prismania City ist die große Hauptstadt, in dem Markt meint er da wahrscheinlich gerade. Vogelfängern möchte kämpfen, Vogelfängern sagt auch Toburga. Toburga ist hässlich, Toburga möchte fliehen. Toburga möchte heulen. Typstrahl! Attacke muss von Hintos, durch die Wand los, mit Karachos. Ah, Ibi-Tag, dann bleiben wir mal lieber bei Typstrahl. Oha! Hat nicht mal ganz gereicht, na, schau meine an. Haha, was für ein Opfer. Er muss ja so von sich selbst enttäuscht sein. Oh, so ein Mist! Äh, wie sieht das eigentlich aus? Ach komm, wir machen jetzt mal vorhin Pause. Bis dann!